Und wenn der Sturm erst einmal vorüber ist, wirst Du Dich nicht mehr daran erinnern, wie Du es geschafft hast, zu überleben. Du wirst nicht einmal sicher sein, ob der Sturm wirklich vorüber ist. Aber eines ist sicher, wenn Du aus dem Sturm herauskommst, wirst Du nicht mehr derselbe Mensch sein, der hineingegangen ist. Darum geht es bei diesem Sturm. Sturm. Sturm.